Musik Ja, ein Kill! Ich hab hier unser Team hier gerettet. Nein, gerettet kann man es nicht sagen, aber wo ist denn jetzt hier überhaupt unser Diamantblock, den wir beschützen wollen? Leute! Ach, der ist hier drunter. Ja, auffälliger geht's jetzt hier, nicht in einem anderen Block, dann mach ich hier lieber so. Dann denkt man hier, das wär hier ne schicke Säule, Leute. Boah, hab ich da grad nochmal unseren Team den Arsch gerettet? Also Leute, man kann hier nicht sagen, ich wär schlecht. Hätte ich hier einen Pfeil, hätte ich die direkten weggefickt. Nein, Leute, aber ich hätte schon gerne noch Pfeile. Wer hat Silber? Ich! Warte! Hier! Mein Lieber! Äh, ich bin ja ein sozialer Typ, ne, muss ja wissen. Aus Team Orange wurde getötet? Och Mann, wieso lassen die sich denn immer alle töten? Weil das heißt ja auch, dass ich jetzt hier gleich wieder der Letzte... Wer legt da Gold rein? Auf jeden Fall. Das heißt dann ja, ne, wenn die jetzt alle keine Rüstung mehr hätten oder so, weil die jetzt alle sterben, ne? Dann ist ja das Problem, äh, ja, dass ich der einzigste mit der Rüstung bin und ich hier alles alleine erledigen könnte. Aber ich hoffe natürlich nicht, Leute. Äh, hier, komm, geh doch einer zur Kiste. Ach, hier hat sich schon einer rausgenommen, meine alte Brustplatte. Sind wir auch Schlawiner, aber nein, ich hab's ja zum Schenken hier gegeben. Mein Gott, ich versuch jetzt auch einmal anzugreifen, Leute. Einfach hier mal. Ne, da kämpst du wieder wie die Schweine, ey. Ne, wir haben doch grad auch nicht gecampt, ey. Okay, doch, ich hab an der Tür gecampt. Aber, mein Gott, wie lange diese Runde dauert oder soll ich die in zwei Teile teilen? Ich weiß nicht. War schon extrem lang eigentlich, oder? Also hierher kommt dann schnetzel ich die weg. Junge, duck dich doch. ID Crafter, ich dachte, du wärst korrekt. Oder ne, die Folge ist so lang. Ich anschließ mich jetzt hier einfach. Mal schauen, wie lange die dauert. Und wenn... Oh, fuck, 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 ich renn doch lieber weg. Da kommen sie alle an, ich hab Angst. Also, ich entscheide jetzt in dem Video noch, ob ich das wohl in zwei Teile splitte. Also, dass dieser Teil, dieser Teil kommt jetzt auf jeden Fall am Dienstag raus. Und der, also, ja, die erste Hälfte hiervon. Und der zweite Teil, oh, so viel geiles Zeug. Und der zweite Teil dann halt am Donnerstag, weil ich glaub, das dauert hier alles zu lange für ein Let's Play. Ich hätte auch nicht gedacht, dass, ich dachte, das dauert so 10 Minuten, so wie die Endergames. Aber wir nehmen jetzt hier, glaub ich, schon 20 Minuten oder so auf, Leute. Also splitte ich das wahrscheinlich in zwei Teile. Und dass das direkt von Anfang wisst, ich, äh, blende einfach so eine Schrift ein. Äh, am Donnerstag kommt der zweite Teil. Weil ich dachte, das geht schnell, aber wir töten mal ein Grün, dann tötet ein Grüner wieder uns und so. Das ist ja hier ein Endloskrieg, oder was, Leute? Dann nenne ich, was kann ich hier Krieg nennen? Hier, ein Dritter Weltkrieg, oder was? Also, dieser Spielmodus ist geil, aber er dauert halt ziemlich lange, deswegen muss ich das splitten. Wir brauchen wen mit Bogen? Ja, ich hab einen Bogen, aber leider nur zwei Pfeile. Und damit geh ich da bestimmt nicht raus in, äh, in den Kampf, nee. Ich warte mindestens, bis ich hier zehn Pfeile hab. Ein bisschen übertrieben, aber, haha. Oh, meine Stimme, was ist denn heute los? Ich hab immer hier das Bedürfnis, hier voll was zu trinken. Obwohl das auch nicht grad gut für Let's Play ist, finde ich. Ach, da, Eisend, meine Güte. Weil, immer trinkt beim Let's Play, hört sich erst ein Schwul. Nein, da kommt ein Gegner, ich hab den nicht gesehen, fuck! Boah, Junge, ich fick deine Mom, ich fick deine Mom! Nein, wir haben jetzt verloren, endgültig, endgültig. Nein, dann ist man grad am Aufheben. Ich dachte, hey, da war doch ein Gold. Wieso hab ich den nicht aufgehoben, ne? Und scheiße, auf einmal ist der da. Boah, zum Glück hat er hier nicht unseren Diamanten abgebaut. Ist er behindert? Verpiss dich! Junge! Boah, ich wollte da... Nein, was... Ich wollte da grad das Gold aufheben, ne? Ich dachte schon, wieso hebt das keiner auf? Auf einmal kommt er von hinten und tötet mich, Mann! Scheiße! Boah, Junge! Mein Herz, Alter! Ich dachte, es wär nix los. Ich hol mir da jetzt mal eben Schillig hier so noch den Gold raus. Dann hätte ich drei Pfeile gehabt. Aber nix, Junge, nix, ne? Boah! Man, hätte ich den gesehen, ich hätte den so weggefickt, Junge. Das wär's jetzt wieder so pervers an. Aber ohne Scheiß, Leute. Guck mal, die haben den doch hier schon... Der Max Bellinghaus, der Alexander, der ID-Craft, da haben den doch schon Schaden gemacht. Ich hätte den eben so zack, zack weggehauen. Aber ich bin einfach so dumm und konzentriere mich nur aus Gold. Jetzt kann ich hier wieder komplett neu anfangen, ey. Das kann doch jetzt hier nicht wahr sein. Ach, da kommt ein Gold. Das nehm ich mir jetzt. Das hab ich mir aber verdient, oder? Ich hab ja wenigstens einen schon mal getötet. Ach, Mann, Alter. So erbärflich. Oh, Mann, wieso kann man eigentlich nicht zu zweit an so ein NPC dran? Das regt mir auch so ein bisschen auf. So, hier Brunzen wohl nicht hier so ein Scheiß. Herzrasen ohne Ende, Leute. Das ist zwar nur ein Spiel, aber das Spiel macht einen fertig. Okay, Essen bräuch ich. Och doch, hier nehm ich mir mal hier die Hälfte raus. Pfff, das Spiel, ne? Ach, du Scheiß, Alter. Ähm, ja. Ach so, das reicht nicht. Dann tue ich das hier wieder rein, weil ich ja ein sozialer Spieler bin. Ach, das finde ich toll, nein! Boah, das, das, das brauche ich, das brauche ich nicht. Ja, danke, dass ihr mir schöne Rüstung sponsert. Ja, das hasse ich, äh, das hasse ich. Das liebe ich hier, diesen Zusammenhalt hier unter diesen Spielern in diesem Modus. Hier werden vier Spieler zusammengewürfelt, die sich, glaube ich, hier nicht kennen. Und dann ficken wir die einfach. Es verbisst er sich, der Kleine. Ich sag's lieber nicht. Meine Güte, dieses Let's Play macht mich fertig, weil ich einfach grundlos Beleidigungen benutze. Komm, jetzt hier schnell ein Schwert, schnell ein Schwert. Wo gibt's denn hier die Schwerte, Junge? Boah, Agro, ich fährt hier aggressiv. Dieser Modus macht einen aggressiv, Mama. Nein, da kommt der Verdientin! Oh, ho, 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 nein. Grün hat gewonnen. Guckt euch das mal an, was sie hier gebaut haben. Ich hätte gerade das Schwert gequirlftet und hätte den weggeballert. Aber, Leute, das war's für's erste Video von Minecraft Wash. Wenn es... Ja, komm, GG. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie es lesen. Die Runde ist ja vorbei. Boah, aber trotzdem, Leute, das war's für die erste Folge von Let's Play Minecraft Wash. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Und ich glaube, diesen Part splitte ich in zwei Teile. Ich weiß nicht, wie lange der dauert. Wenn es unter 20 Minuten ist, tue ich's in ein. Und wenn es mindestens schon 21 Minuten... What the fuck, was ist denn hier passiert? Also, wenn's 21 Minuten dauert, dann würde ich den schon in zwei machen, Leute. Aber das seht ihr ja. Entweder kommt Dienstag und Donnerstag ein Part raus, oder das Komplette kommt ja am Dienstag raus. Aber wie die Mönnen sagen, Leute, noch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Gebt ein Like, wenn's euch gefallen hat. Gebt ein Abo, wenn's euch gefallen hat. Tschüss. Gebt ein Abo, wenn's euch gefallen hat. их Fernando mal... Gского Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018